ich habe nicht nachgeladen das passiert ja und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu seven days to die mit dem kabin ja wir haben jetzt gestern die motor gefunden gesucht habe das heißt wir werden mal ganz schnell nach hause die quest abgeben die vor zwei tagen oder vor drei tagen gemacht haben weil wir haben ja noch eine quest offen also unseren loot eine fünfer quest und dann würde ich mal sagen ist die zeit für gräben bauen würde ich mal so sagen oder oder was dir sagen ja wenn ich mal schnell markieren und nämlich kicken wo ich hin muss so ich muss wegwärts gut fahren den üben wir noch mal aber ist halb so weit kriegen wir haben ja jetzt 2,8 kilometer zeit wir haben auch noch die in der kiste lieber freilegen müssen die nicht hier auf dem weg das ist ein kilometer ist da was wir machen erstmal die holen die mit ab und dann fahren wir nach hause ja die quest können wir jetzt nicht mehr abgeben beziehungsweise wer denn er hasst und ja muss ja nie sind wir holen uns erstmal die kiste schauen was da drin ist dann übernachten war und dann schauen wir weiter ich glaube ich ist eine gute idee damit kann man was anfangen moment 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 aber ich muss trotzdem noch mal nachschauen wie ist der zum glück habe ich geschaut ab und zu ist es nicht gut wenn ich mal schaue sie ist verwirrt moment mal der ist doch fünf sekunden noch eben hier gewesen schätzelein ich bin hier hinten nur mal so so verraten ich mich weil ich netter bin na immer noch schule naja gut vielleicht haben wir ja auch glück und der hat da ein bisschen nahrung drin kann ja auch sind in die kippe jetzt könnte sich der bohrer vielleicht machen entschuldigung ich habe es nicht geschafft ausweichen war zu kurzfristig ja du mich auch weiter hier hätte man doch auch vielleicht das sieht doch aus vielleicht hätte ich da nämlich auch ein bohrer kriegt nicht und nicht in links motor vielleicht nein die antiflieger seid ihr sehen das war ja frontalangriff diese sau werde mich rächen wo ich da lieg ich weiß wo du bist da ist eine buscherie drin ne der ist da oben glaube ich ich weiß es nicht für dosen habe ich angehalten für drei dosen halte ich an könnte man sehen diese dosen waren es mir wert sag mal hier warte mal warte 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 mal ich weiß ich bin leicht abzulenken ich bin ja schon wieder überladen was soll denn das das ist nicht korrekt ach so ich habe ja auch nicht ja gut ist mir aufgefallen mit einem fass in der tasche kann sowas sein aber ein schuss hätte gereicht gab ihn ein schuss tätsdor gemacht hätten tun täten warten sie mal was hat übertrieben oder was finde ich nicht ach so ich habe ja immer noch gehen ah ich habe ja immer noch nicht ah brettet habe ich mal den kopf zu Junge so warten sie mal wo habe ich denn jetzt da ist er doch da ist er doch Knister kann ich jetzt eh nie nutzen die Tür muss auf oh da sind lauter Spikes genau mein Ding hallo sie Mensch sie haben mich ja ja nie gesehen können sie sich den Arsch aufpiken oh nicht mit deinem ernst oder kümmere mich mal ich wollte gerade sagen ich komme ja nie hoch wo ist denn der hä das hat sich so angehört als ob hier fehlt eine stufe und die kann trotzdem Toren runter das ist ja mal merkwürdig ach das ist auf der Seite ach Mensch dann sagt das doch war ich so verwirrt ich habe gedacht was ich gedacht habe was ich gedacht habe warten sie ich bin vorbereitet scheiß übrig ich bin doch nicht vorbereitet jedenfalls nicht so wie ich mir gedacht habe aber kein Problem wenn sie 5 Sekunden Zeit haben ich habe gesagt 5 Sekunden die werden sie ja wohl noch haben sie sind tot Mensch also wenn sie was haben ist sie Zeit jetzt sagen sie erwähnen sie mal 24 Stunden am Tag gut ich habe nicht nachgeladen das passiert öfters sollte es aber nicht jetzt ist er da oder was weck mich doch ich renne da jetzt nicht hin daher immer diese Nachzüge oh dankeschön die bücher hätte ich ja fast übersehen keine titan ich jetzt wenn das ich bloß die kiste heben wollte dann wollte ich gerne nach hause ne das funktioniert immer wieder ach doch wenn ich mir mal den Kopf setze bin ich von nichts von abzuhalten oh oh Junge ich muss mal kurz vor die Tür Willst du was ist denn hier los hier ist ja richtig Party dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü naja Gute war sind die gerade erst gar's verbrauchen oder Würd ich hier jetzt so behaupten Die Schweine, die... Die Schweine. So nicht, ihr Schweine. Schweine. Soll ich wenigstens was zum Essen? Bin ein bisschen hungrig. Ich weiß nicht, die haben einen ganz anderen... Stoffwechsel wie wir. Alter, hier. So zu spät. Ist das alles meins? Alles meins? Oh, was sind denn das für Kisten? Oh, meine Nase. Der RR ist doch schon lange vorbei, Nase. Was ist denn, bitte? Ist das nicht so spät, bist du? Ein bisschen zu spät. Hast du mal was zum Essen? Hast du mal was zum Essen? Oh, guckt ihn euch mal an. Ihr noch hier guckt. Jetzt will er zurück zum Looten. Gerade so noch die Kofi kriegt. Vorsicht. Vorsicht. Mutzelankiste. Hey, 10 Millimeter. 10 Millimeter. Will mal gucken jetzt, wie die sich fühlt. Fühlt ich das oder fühlt ich das nicht? Das kann man gleich raus haben. Ja, hab ich. So, und jetzt das denn noch? Also, den Staff den wir eben so gekriegt haben, der ist besser als das, was hier drin ist. Hä? Ich hab bei ihm hier ja. Mal will er ganz pingelig, oder wat? Guck uns mal da. Und gucken sie mal da. Wie es nicht, ob das so gut ist, weil auf Nahen oder so ist das ein bisschen doof. Aber so könnte es ganz gut sein. Mal gucken. Ich hab immer noch Hunger. Ich habe immer noch Hunger. In den Haus. Hab ich schon. In den Haus ist bestimmt was zum Essen drin. Ganz bestimmt. Hunger. Mordzunger. Naja, gut. Hier gehen wir mal ins Haus drin. Junge. Ey, das kann doch nie wahr sein. Ich hasse das. Warum macht das Spiel das? Das ist nicht Nicht cool. Nicht cool. Junge, 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 Junge. Nee, hab ich mich grad feucht gemacht. Spiel will mich wieder poppen. Aber also richtig. Ich geh jetzt nach Hause. Nee, ich geh erstmal Schatzkiste heben. Nee, ich geh erstmal in den Haus drin. Ah! Ja, toll. Ich weiß nicht, was ich dem Spiel heute getan habe. Nicht die Bohne. Schnauze. Ist was zum Essen? Nö, aber ein Rezept. Ist nix zum Essen. Ich habe Hunger. Ey, sagen sie mal, wo ist denn mein... Achso, ich wollte grad sagen, wo sind meine Schütze. Sind wohl die hohe Zeit? Nichts zum Essen. Ja, der beißt mir natürlich in den Waden. So. Nix zum Essen. Alles leer. Das ist... Das ist nicht nett. Ich wollte bloß verzumachen. Das ist nicht ein bisschen gut. Wir starben an Hunger. Schnauze. Och, nicht schon wieder. Nicht schon wieder. Jetzt ist aber Ruhe. Alles hat ein Wurst. Und Ende hat zwei. Nein. Noch ihn? Ich habe doch gerade noch ihn gehört. Also, ich meinte nicht die Zombies. Nein, nein. Also, ich hatte gerade noch einen Skorfen gehört. Da bin ich mir noch ganz sicher. Glaub ich. Ich wollte gerade in diesem Moment noch sagen, was soll jetzt noch passieren? Wie wird es mir eine Verhiftung? Reicht dir das? Jetzt... Trotzdem die Kiste. Lassen Sie mich durch. Aggressiv. Nimm was? Blöde Kuh. Halt. Da ist ein Schatz. Geben Sie diesen Schatz. Die müssen wir schotzen. So. Hier ist er. Ich glaube, das ist die Karte, wo auch... ...Kreaturen angreifen können. Heucht, ich rieche was. Ich habe gedacht, ich habe was gehört. Oh, oh. Ich verliere Energie. Du Witz auf mich. Komm mal her. Hier ist nice. Ah. Jut, ich habe jetzt bloß in diesem Moment Lebensenergie verloren. Ich habe gedacht, das geht jetzt rapide runter. Was ist denn hier los? Was ist denn hier, Vater? Warten Sie, warten Sie, warten Sie. Nee, das ist die falsche Warten. Ehrlich, aber fuchsig. Fuchs Teufels Wild. Jetzt kommen Sie von nah und fern. Bevor ich weiter buddel, tätigt doch mal kurz hier überall Nachladen. Was ist heute los? Ich weiß es nicht. Verdammt nochmal, ich weiß es nicht. Wo muss ich jetzt? Ich muss da lang. Geht. Danke für die Information. Geh. Das Schöne ist, ich werde es gleich wieder beladen sehen. Volle Möhre. Wie krass, Alter. Genau deswegen. Na, dann kommen Sie mal. Ja. Ja. Vielleicht wollte ich aber nur Sport machen in der Nacht. So. Ich habe eine Kette, Willa. Meine Kette. Apropos meine Kette, wo ist meine Karre? Da. Was, 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 was? Ich habe wieder eine Kette. Und zwar eine Fette. So, ich fahr mal nach Hause. Und dann warte mal, bis die Nacht vorbei ist. Also, bis gleich. Yes. Ich bin zu Hause. Ich kann was essen, kann mich heilen. Richtig so. Machst du richtig so. Machst du gut gemacht. Lass dir nicht anquatschen. Leute, ich muss runter. Ich muss mich heilen. Kommen Sie zur Horde wieder. Mach'n Kopf zu. Das kann doch nie wahr sein. Gut. Will Tät mal auch haben. Ah ja, gut. Ich werde mal schnell was versuchen, an Mais zusammen zu kreieren. Vielleicht reicht es ja für alle wohl. Alle wohl ist der Sanitäter in der Not. Und der Kabin, der will nicht sein Tod. Jo. Aber erstmal muss der Kabin was machen. Hast du gesehen? Ich hab's drin gemacht. Ja, ich meinte, habt ihr's gesehen? Ich hab's drin gemacht. So. So, ähm. Ich bin ja immer noch rüberladen. Mit so viel Spaß. Na ja, gut. Und, äh, äh, na gut und. Was? Na gut und. Äh, ein Gift, äh, entzieht ja auch Kraft. Das haben wir gleich wieder. Und außerdem haikiert es fast nur in der Hand. Das sollte da ja nicht drin. War mal sowas nicht. Das war ja da drin. Das habe ich wohl neu gesagt. Gehen wir mal schnell auf der Fett. Ups. Bei den Bauern hin und versuche mal ein bisschen Mehl, äh, Mais zu kreieren. Dass ich mir den Alkohol machen kann und dann meinen Arsch retten kann. Wohl bei 11% könnte es schon lariskant werden. Aber wir werden es sehen. Ach, zum Glück haben wir hier noch Felder ringsherum zu stehen. Müssen wir nur Glück haben. Blechstoff da ist. Da ist es im Feld. So, hier hatten wir rausgeholt. Ja, habt? Genau. Diese Ausdauer ist schon ein bisschen nervig. Wo ist natürlich das alt trockener Mais. Da ist ein Mais. Auch ein Mais. Seht, ich habe ein Mais. Ja, nicht da. Scheinen die aber nicht zu wissen. Jetzt bin ich hier. Ja, das wissen die. Ja. Wissen sie es immer noch. Jetzt habe ich auch noch Kopfschmerzen. Ja, leck mich doch. Aber davon gibt es ja was für Ratio-Farm. Ach nee. Nein, nicht. Doch nicht jetzt. Ja, ich geh es. Kleiner Kacker. Ach man, du. Jetzt habe ich alles. Schöne hast du jetzt gleich gemacht. Wehe ich, du Lohi. Jetzt hat nicht so viel Mais. Ja, da will ich ja nicht hin. Jetzt hat nicht so viel Mais. Ich habe geschmissen, was ich haben wollte. Da war es weg, die Sau. Die Dumme. Das ist kein Mais. Hallo, ich brauche Mais. Alter, jedes Mal Karik darüber. Aber wenn du mal was brauchst, ist nicht da. Ah, siehste. Ist auch so der Suchende. Äh, da. Was ist denn hier? Ich glaube, ich lege mich einfach so raus. Wir haben sie nicht. Er wollte gerade zuhauen. Nicht mit mir. Jetzt muss ich da. Vielleicht finde ich ja da noch ein bisschen was. Da war oben drin, er weiß. Stimmt. Aber wie komme ich jetzt am schnellsten da hoch? Ich werde es nicht mit meiner Ausdauer. Ich will doch nur Mais. Schön, köstlichen, normalen Mais. es kann doch nie wahr sein so ist das nächste mal machen werden also meist an pflanzen wie ihr seht tut es wichtig die einfach vorne rinden arbeit nicht hoch ist ja nichts ja ja wie sieht es aus komme ich hier durch ist dass ich nach oben muss aber ist ja bloß ergehen meint aber um und unten glücklich im keller ist hoch normaler mais ich kann wenn ihr so ja schon hier ich hatte schon die idee ich hasse das könnt ihr was zum essen hier sehen jetzt weiß ich warum ich überladen bitte ignorieren sie das bitte ich hoffe dass ich oben noch ein bisschen mais finde dass ich nicht zu gründlich war das ist ja gehen mais da kriegt mir ja nichts bringen weiter das ist ja super für die meins das ist ja schon offen das ist so vertrocknet so eine kacke aber auch ich habe gedacht das grün nix grün alles kaputt scheißen dreck wie ist das fällt ich glaube bis ich noch zusammen habe bin ich schon tot jawohl da werde ich wohl den löffel überreichen müssen ja vor allen dingen dunkeln macht das auch nicht einfacher das macht die ganze sache nicht einfacher außenkante da waren auch noch gärten da täten ja auch noch gärten gewesen sein ich muss mir wirklich bitte anlegen bitte uns gott dass er das auch tun wird und ich brauche ja wie ist ich wie viele viel mehl was habe ich jetzt ich habe eben mal das mais wo ist das andere scheiß ding äh rezept mehl 1 zu 1 1 zu 1 1 eigentlich habe ich mir eingebittert dass hier noch felder waren schnauze oder wissen sie wo mais ist nicht enthalten sich da raus er liegt aber langsam wild der selbe oder doch er hat kunst ja auch ja ja du mich auch ja da ich will ein wenig mais ist doch gar nicht so schwer habe ich mir gedacht aber da ist mais ach dikst mir doch ich sehe schon mal eh nutelt also jetzt wir jetzt wir ich sehe so herviere schnauze das ist mein mais 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 meins 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 da werde ich zum ich-mensch da würde ich sagen halb halb war ich mache die hälfte in mehl für alle hole und den rest pflanze ich ein gerade so noch wahrscheinlich von der Schiffe gesprungen des Turbes jetzt aber nach Hause es wird ja auch hell aber ich muss denn wirklich mais einpflanzen weil so langsam wird das Tier entsegen was die Suche danach angeht ich muss mir da nach Hause nachschauen wegen Kopfschmerztabletten also die Aspirin ihr wisst schon was ich meine das soll wohl helfen alter meine Risse sind im Arsch meine Hände sind im Arsch meine Wehne sind im Arsch alles Arsch oh ne Tasche pass auf Gegenmittel ey das wäre auch so böse weißt du bist du die ganze Nacht hier am sammeln dann hast du irgendwann den ganzen Tag zusammen und dann findest du das Zeug was ganz wichtig hochneu ist auf meiner DoDo Liste ist ich muss mir Schrotz-Munition herstellen von dem ganzen was ich mal hatte ist nicht mehr so viel vorhanden ich Meisterschütze das könnte ich eigentlich mal trinken warum lovig hallo mit Kopfschmerzen durch die Gegend brettern das ist es doch so haben wir das Unglück abgewendet also eventuell wer es mal gegen wie viel ich da raus noch machen kann kommen sie mal mit so okay immer das haben du bleibst hier immer schnell runter jaja doodle doodle die doodle doodle da die Kabin ist wieder da so die Hälfte hat er gesagt dann nehm ich die andere Hälfte obwohl muss ja gerade sein die ist ja eigentlich egal eigentlich ist es ja egal Maismiel elf Stück na da kriegen wir noch ein paar Patronen hin also Leute könnte eine Weile dauern wollen wir erst mal ich werde ja nicht gleich sterben ja gut in 30 Sekunden ich werde erst mal was essen bevor der wirklich hier auseinanderfällt äh ja ich würde die doch schon all drin weil ich habe so und dann machen wir den anderen Scheiß fertig und dann wirst du sehen jetzt dir jemand so eigentlich die müsste da kotzen der hat ja alle drin und war hundertfutter ich geht essen alle zu querbeet also und äh äh jetzt ich habe keine Kopfschmerztabletten das sind Vitamine ich habe keine Kopfschmerztabletten ach da sind sie noch äh Schmerzmitte meinte ich ja Alter ich habe jetzt echt Panik gekriegt ich habe hier 3000 Jahre hier drauf und habe noch keine Kopfschmerzen gekriegt hier also äh Schmerzmittel Fabisch jetzt brauche ich Alkohol äh Water der Kabel braucht Water schmutziert Water und Holz okay Pellzeichen nach Nr un Water ehhhh pflö Schrei Juk ihr sagt dann eh immer an die vos rumzuspinnen und mich schwer aufzuhören so dann holen wir meinen Schatz als wird halt sagen , dann will das so eine lange ver將 Ich hoffe, ihr sehtet nach. Was denn nun, Kavi? Na, erstmal Antidot. Sei kein Idiot. Stelle her, Antidot. Oder so. Die Rettung naht. Wie lange hättet Scheiße? 25% Heilung. Reicht so, ja, Ihnen. Bin gerettet. Bin doch nicht am Arsch. Hab da belau gedacht, wa? Oh mein Gott, der stirbt schon wieder. So. Jetzt hätte ich mal gleich unten stehen lassen können. Aber gut. Vorsichtung, Porzellankisten und erste Nähe sehen. Ich bin gespannt, wann wir jetzt kriegen nach. Ich weiß nicht, wie viele folgen. Wo ist denn jetzt die Karten? Sie hat sich hinter den Streifen versteckt. Ich hab's nie gesehen. So, und danach räuchte ich aber wirklich mal Poisin, Alter. Aber bloß eine ganz kleine Poisin. Ich geb' jetzt die Quest ab und hol' mir meinen geilen Scheiß. Oh yeah. Und der täht sich lohnen. Ich hab's nur mir fühl, weil den Stress, den wir uns jetzt angetan haben. Ja, hier sind wir da. Wenn der jetzt auch noch so was hat, Alter, dann springt er über den Tresen. I'm kissing your face. Oh ja. Nee, hat er nicht. Schade. Vielleicht hier? Nee, auch nicht, ne? Nee, hat er nicht. Sag mal, Antibiotika hatte ich doch auch schon gehabt. Also, das hatte ich ja nun wirklich hier hart. Gut, jetzt haben wir das. Also, ich bin der Meinung von, ja gut. Vielleicht bringe ich auch ein oder zwei Staffeln durcheinander. Das kann hoch sein. In vier Jahren kann schon mal passieren, dass du da eine Staffel durcheinander bringst. Alles möglich. Das ist nice. Das ist immer richtig nice. Jetzt stelle ich mir gerade die Frage, braucht ihr bloß ein so ein Paket oder zwei? Gehen sie mal aus dem Weg. Ich muss durch diesen Zaun durch. Bleib hier, Karin. So. Dann werden wir mal schnell den Tisch hoch machen. Aua. Los, mach hin. Mach hin. Mach hin. Die sind wieder da. Na gut. Ich bin im Wunder, dass es so viel richtig ist. Die mag ich. Also, die Schnarre, nicht die Alte. Er wird schon schaffen. So. Nee, jetzt reicht. Ach, jetzt brauche ich den Stahl noch. Gut, aber ich werde das hier rinpacken, dass ich das auch gar nicht nutze. Ihr habt es gesehen? Ich habe es jetzt hier rin geschmissen. Nein, ich gehe doch nochmal raus und traue ihn auf den Sack. Kommen Sie mal hier rüber. So. So sieht es aus. Na gut, Leute. Dann würde ich mal sagen, Mission erfüllt. Wir haben die Quest abgeben. Wir haben uns angesteckt. Wir haben uns geheilt. Wir haben den Motor. Wir haben alles. Moment mal. Dann haben wir doch noch nicht alle Teute gemacht. Das, was wir machen wollten. Jetzt haben wir ihn. Jetzt haben wir alle die Schafrauber schaffen wollten. Und dann kann ich mir irgendwann mal den bauen. Nee, den muss ich erstmal lernen. Das habe ich doch auch schon gelernt. Nee, habe ich noch nicht. Da fehlen mir noch die Platten. Die Titanplatten. Unser nächstes Projekt. Also wir brauchen erstmal Titanweller. Oh, der ist auch fertig. Nice. Jo, die Titanplatten. Moment mal. Das macht mich doch hier dran, ne? Äh, Titanplatten. Du musst auch das bestätigen, was du machen willst. Jetzt haben wir elf Platten. Neune. Neun Platten. Ja, wotten. Ja, Platten. Aber 50 brauche ich. Naja, gut. So. Seht da. Wir haben alles geschafft. Ich habe mir einen Bohrer gebaut. Ich habe mich ja nicht dick geheilt. Äh, ja gut. Ihr wart ja mit bei. Okay. Also. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, schaut auf meinen Kanal noch weiter. Also da sind noch ein paar Videos oder so. Könnt ihr auch ein Däumchen nehmen oder so. Wenn ihr neu seid, abonniert den Kanal. Macht alles, was ihr wollt. Alles, was ihr wollt. Vor allen Dingen macht euch einen schönen Tag, wie gesagt. Auf unseren. Ich bin raus. Tschüüü. Ich bin raus. Ich bin raus. Ich bin raus.